Das Neue Testament hat eine interessante Aufforderung für uns bereit. Da heißt es, seid ihr nun mit Christus auferstanden? So sucht, was droben ist, wo Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Trachtet nach dem, was droben ist. Das ist etwas, wonach wir uns ausstrecken sollen. Göttliche Dinge, himmlische Dinge, ewige Dinge, Dinge, die Ewigkeitswert haben. Danach sollen wir uns ausstrecken, danach sollen wir uns orientieren, danach sollen wir trachten. Und eben nicht nach den Dingen dieser Welt, dieser Erde. Warum sagt Paulus das? Weil er weiß, wenn wir nach himmlischen Dingen uns ausstrecken, dann bekommen wir die richtige Perspektive für die Dinge unseres Alltags. Das ist, wie wenn du im Flugzeug fliegst. Wenn du über den Wolken bist, sehen die Dinge echt anders aus, als wenn du unten auf der Erde bist. Du bekommst einen völlig anderen Überblick, eine andere Perspektive zu den Dingen des Alltags. Die Sachen kommen in die richtige Position. Und das ist das, was geschieht, wenn wir nach himmlischen Dingen uns ausstrecken. Wenn wir nach ewigen Dingen uns ausstrecken. Weißt du, die Welt will dich so füllen mit irgendwelchen Belanglosigkeiten. Wenn du Fernsehen guckst, mit Soaps, mit Nachrichten, mit Comedy und so weiter, was völlig belanglos ist. Doch Gott sagt, streck dich nach den Dingen aus, die wirklich Ewigkeitswert haben. Trachtet nach dem, was droben ist. Die deutsche Sprache hat ein nicht sehr schmeichelhaftes Wort für den Zustand, wenn wir eben nicht nach dem trachten, was droben ist, sondern nach dem trachten, was unten ist. Da gibt es das Wort niederträchtig. Du trachtest nach den niederen Dingen. Niederträchtig, das ist kein sehr schmeichelhafter Begriff. Ein niederträchtiger Mensch ist jemand, der eben nach Niederem trachtet. So sollen wir nicht sein. Wir sollen Menschen sein, die sich nach göttlichen Dingen ausstrecken und damit beschäftigen. Und für die das normal ist, in diese Atmosphäre hineinzugehen und sich mit diesen Dingen zu beschäftigen. Das ist Gottes Aufforderung an uns. Weil wir die richtige Perspektive bekommen für die Dinge unseres Lebens. Und diese Perspektive wird dir helfen, über manche Anfechtung, manche Schwierigkeiten, manche Probleme und manche Niedrigkeiten dieses Lebens in der richtigen Weise hinweggehen zu können. Du hast den richtigen Blick. Du weißt, um was es wirklich geht, was wirklich wichtig ist. In dem Sinne, Gott hat mehr für dich. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!